Antonia, steh auf! Warte, ich glaube, ich habe was gehört. Warte, ich glaube, ich habe es gehört. Wir haben keine Chance mehr. Das hat mir mein Vater gegeben, bevor ich starb. Das ist eine Bombe. Wenn wir das aufmachen, dann wird es explodieren. Wir können sie in den Raum dort locken und dann... Ich will noch etwas sagen, dass ich das war. Schnell, schnell! Schnell, schnell! Komm, hier! Komm, hier! Schnell! Ja, das war es geschafft! Don't let the waves let you drown